Wir sehen uns beim nächsten Mal. Willst du keinen Hobby und auch keiner in Darts, weil er dich behindert auf deiner Urlaubsfahrt, dann brauchst du einen Minicat, der ist ja nicht auf dem Park, der passt ins kleinste Auto und hat trotzdem Paul als Hart. Der Minicat macht dich froh, das ist der Cut to go. Willst du gerne segeln in deinem Urlaubservier, kannst aber kein Boot mieten, weil das geht gar nicht hier. Dann brauchst du einen Minicat, den hast du immer bei dir, den baust du Rundzug auf und schon geht er ab mit dir. Der Minicat macht dich froh, das ist der Cut to go.